Marco? Über was? Du weißt, worum es geht, ich brauche das, wirklich. Nein, ich weiß jetzt gar nicht, was du meinst. Doch, du weißt ganz genau, worum es geht. Die halbete Mannschaft hat das, ich brauche das auch. Ohne dem kann ich nicht. Also, die halbete Mannschaft hat es gar nicht. Du siehst, wie ich zitter, oder? Sicher. Du weißt, dass ich den machen kann. Der Vorstand, die Spieler, es geht nicht. Doch, du siehst, wie ich zitter, ich brauche das, ohne dem geht das wirklich nicht. Du zitterst, bist du nervös, oder? Ja, weil ich brauche das unbedingt. Du weißt, es gibt gewisse Spiele bei uns, wie Sudernrecht, auch. Das ist gewollt. Grenze, Zottl, Wiedl. Das ist von mir auch zum Sudernern, ich brauche das. Ich kann es nicht machen. Mir bricht zwar das Herz, aber leider nein. Wirklich, ohne dem geht es nicht. Wir scheißen mit dem Schmarrn. Marco, ciao. Marco, mein Bestes, was los? Joey, ich brauche den Stoff. Und was für Stoff? Den, was viele Leute aus der Mannschaft haben. Nur, der Coach kann mir das nicht besorgen. Ach, der Coach, der labert immer noch Scheiß, wie immer. Ja, aber ich brauche das trotzdem. Weißt du, ich komme aus Deutschland. Ja. Da gibt es die feinsten Stoffe, die es gibt. Hast du sowas für mich? Ich kann mir schon was besorgen. Besorgen brauchst es dann. So schnell wie es geht. Ja. Kriegen wir hin. Super. Danke. Boah, endlich. Hast du den Stoff? Ja, passt. Single Scheduled. Okay, Manuel. Wie ist das? Das ist es. Guter Stoff? Bester Stoff, den ich bekommen konnte. Okay. Okay, Manuel. Wie ist das? Das ist es. Guter Stoff? Bester Stoff, den ich bekommen konnte. Okay. Hörst, Marco. Ich such schon die ganze Zeit meinen Över. Da hör mein wunderschönes Austrie-Prikot. Hörst, Haufahrer, was tust du? Wir sehen uns am Samstag. Ahem.